Melissa! Was? Ich brauche einen Freund! Nimm den Kopfhörer! Er kommt! Ey! Hi! Wie geht's? Gut, ihr? Melissa? Melissa! Was? Wo sind seine Adern? Wie bitte? Melissa! Er hat am Arm! Keine Adern! Vielleicht weil sie unter der Haut sind? Die müssen rausspringen! Mein Arm! Melissa! Er hat doch Adern! Ich kann deinen Arm nicht mehr bewegen! Reiche! Du hast deinen Arm gebrochen! Ja! Ich will! Wenn ihr unser erstes Hochzeitspit sehen wollt mit unseren Kindern! Schaut meine Story! Kindern? Ja! Die haben auch Adern! Die ist krank! Polizei! Bro! Wo sind wir? Ich weiß es nicht! Ihr seid im Himmel! Ihr hattet einen Unfall! Nein! Alles wegen dir! War nicht mit Absicht, Bro! Wo ist sie? Ich dachte schon du hättest überlebt! Ihr hattet einen Unfall! Ja! Ich habe sogar währenddessen ein Bild gemacht! Ich schwöre dir überall Blut! Das geht's hey viral! Ciao! Ein! Okay! Es ist meine Story! Aber nichts für schwache Nerven! Melissa! Ich werde Influencer! Ihr werdet für immer hier bleiben! Wo ist unser Zimmer! Herr Müller! Herr Müller! Herr Müller! Ich bin an einer schlimmen Kranken! Das ist für die 6! Harriet! Ihr dürft zur Erde zurück! Ihr dürft weiterleben! Geht! Ich wusste, dass er ein Fuckboy ist! Eiche! Bleib stark! Ich werde mich rechnen! Und wie? Ich werde ihn ignorieren! Melissa! Bring das Gift! Viel Spaß mit Durchfall, Mehmet! Perfekte Konsistenz! Ich rieche schon seinen Durchfall! Eiche! Diese Aromen! Eiche! Es fängt schon an! Eiche! Das bist du! Erster! Melissa! Versteck dich! Eiche! Ich habe mir das nochmal überlegt! Du hast recht! Wir gehören zusammen! Ich geh dann mal! Ah und was ist? Ey, sie ist schwanger! Schwanger? Schwanger? Ja! Schwanger! Glaube ich dir nicht! Ich habe ein Beweisbild gepostet! Es ist in meiner Story! Oh mein Gott! Schaut es euch an! Oh Bro! Was ist das? Ich weiß es nicht! Okay! Geschafft! Melissa! Dein Eyeliner ist schief! Eiche! Irgendwie siehst du Depri aus! Ist alles gut! Ich bin auf dem Bett! Willkommen ihr Babys! Willkommen ihr Babys! Er hat mich Baby genannt! Eiche! Drei! Zwei! Eins! Eiche! Warum rennst du nicht? Achso! Ich dachte du machst Bild! Oh mein Gott! Isst mich auf! Friss mich auf! Ihr werdet sterben! Das wird nicht passieren! Eiche! Stopp! Was ist hier los? Nein! Eiche! Eiche! Nein! Harriet! Jetzt öffne die Maske! Wenn ihr wissen wollt wer unter der Maske ist schaut meine Story! Fuck! Die ist zurück! Hey Hübsche! Hey! Kannst du deine Nummer? Okay! Wenn ich etwas sage und er nicht lacht dann lach einfach damit es nicht so cringe ist! Okay! Hey Thomas! Hey! Was machst du so? Ich komme gleich von der Beerdigung meiner Schwester! Wie war's? Wie war's? Wie war's? Ich bin gruselig! Düster! Grässlich! Ich meine die Stimmung nicht die Leiche! Mein ich doch! Wir gehen dann mal! Ja! Wollen wir uns dann wann anders wieder treffen? Nicht über meine Leiche! Wenn ihr es hätten von mir mit der Leiche seht, schaut meine Story! Eiche! Melissa! Schaut es euch an! Ich kann nicht ohne dich! Ich werde dich nie vergessen! Melisa es ist 16 Uhr und du schlägst noch! Sie ist von uns gegangen! Sie ist doch hier! Sie ist an einem besseren Ort! Mein Mehmet! ich hab dir nicht mehr ich hab sie umgebracht wenn du noch lebst gibt mir ein zeichen sie lebt nein sorry das war ich raus ich poste dein bild mit mermit als ihr zusammen okay ich liebe dich ich liebe dich bruder gib mal fernbedienung gib doch ich liebe dich der war gut bruder hast du mich gerade bruder genannt du doch das ist die unrasierten beine wo bist du mir soll ich dich brauche schreib ein diss track gegen dich ja baby nicht baby ich bin ahmet so gepostet schaut es euch an es ist in meiner story hey chill was machst du meine beinhaare flächten baby schaut es euch an wo ist mermit der ist heute krank okay schade äh wo ist melissa die ist heute krank gemeldet ich hab eine idee ich bin wie du ich melissa ich bin ihr geist melissa ich wusste dass du immer für mich da bist ich bin wie du ich bin wie du du bist wie ich du bist wie ich und daran zweifeln wir auch nicht wir ziehen es durch ich werde unterbezahlt ich werde unterbezahlt mach mal ein bild von mir danke äh könntest du vielleicht ein bild von mir Aichi dreh dich dreh dich deine schokoladenseite wer ist kylie jenner hä wer ist kylie jenner melissa ich hab Angst du siehst aus wie kylie jenner hab's gepostet du hast was was ist in deiner story seit wann hast du so einen großen bismillah schaut es euch an nein